Deutschland braucht Fachkräfte. Für unsere Wirtschaft und eine nachhaltige Transformation sind wir darauf angewiesen, dass Menschen zu uns kommen, hier leben und arbeiten und so ein fester Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft werden. Dafür schaffen wir bessere, immer bessere Rahmenbedingungen und unterstützen Unternehmen bei der Gewinnung von ausländischen Fachkräften. Die Bundesregierung wird die rechtlichen Hürden bei der Einwanderung senken, die administrativen Prozesse beschleunigen und die Willkommenskultur für Fachkräfte aus dem Ausland stärken. Auf der offiziellen Website der Bundesregierung, Make it in Germany, finden Sie ein breites Informationsangebot zu den Möglichkeiten der Gewinnung und der Integration internationaler Fachkräfte. Seit nunmehr zehn Jahren bringt das Portal internationale Fachkräfte und Unternehmen zusammen. Auf dem Portal finden Sie zahlreiche solcher Erfolgsgeschichten, wie etwa von der indischen IT-Spezialistin Payalya oder von Youssef, der für eine Ausbildung zum Industrieelektriker von Marokko nach Deutschland kam. In den letzten zehn Jahren haben deutsche Unternehmen bereits Hunderttausende Fachkräfte aus dem Ausland erfolgreich gewonnen. An diese Erfolge wollen wir anknüpfen. Um die vielfältigen Herausforderungen durch den demografischen Wandel, die Transformation zur Klimaneutralität und die Digitalisierung erfolgreich zu meistern, brauchen wir mehr qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Wir alle können dazu beitragen, Deutschland zu einem vielfältigen und modernen Einwanderungsland zu machen. Über das Portal Make it in Germany bleiben Sie auch in Zukunft stets gut informiert. Nutzen Sie es! Machen Sie mit!